Der Problem ist der... I see that... Da bin ich jetzt von sowas von nicht drauf gekommen, ne? Wow, hi Bob! Hallo und herzlich willkommen zurück zu... ...a Watch Quick Play... ...Ersch wieder mal... ...ehm, das war nice, nicer Wurf, muss ich sagen. Und, ne? Mit Sound, ich hab jetzt bisschen... ...hoffentlich ist jetzt bisschen besser... ...ingame... ...was zum... ...fick... ...aha, es hat noch nicht alles geladen, Freunde... ...muss man sagen, es hat noch nicht alles geladen... ...deswegen... ...wow, wow, wow... ...ich bin... ...ich... ...aaah, ich seh noch keine Gegner... ...das ist bisschen kacke... ...heute hat mein PC wieder so... ...richtig schnell alles, ne? Okay, cool... ...fick yes... ...was zum Fick ist hier los? ... ...tschau... ...lebt ihr noch? ...irgendwo ist sie? ...seh sie nicht! ...fick... ...das ist irgendwie... ...heute... ...ich weiß nicht, was... ...was gerade los ist, ne? ...aber... ...das... ...ist... ...ist, glaube ich, schon lange nicht mehr so schlimm gewesen... ...mit dem... ...ähm, ähm, ähm, nicht zu lange geladen, ne? ...was ist los mit dir... ...pizzi... ...mit... ...de... ...de... ...ich bin aber weg hier... ...kacke... 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 ...äh... ...ähm... ...das... ...das bringt mich jetzt gerade ein bisschen durcheinander, ne? ...das... ...ich hatte schon, bis es mal gestartet hat, hat das so krass lange gedauert, ne? ...das ist irgendwie fünf Minuten, bis es mal angefangen hat zu laden und so... ...was ist los mit dir... ...pizzi, mit diesem Computer nur los, Freunde... ...es ist ja auch... ...strange, dass, das... ...das... ...das... ...es immer... ...wieder so ist, ist... ...manchmal geht's wieder und dann auf einmal wieder alles weg... ...alles wieder weg... ...also, dann geht's wieder, das meine ich damit... ...und ihr seht, geht's jetzt wieder nicht mehr... ...das kommt zwar langsam alles, das ist auch nur am Anfang so... ...aber normalerweise hat's gereicht... ...und ich irgendwie... ...bei, wenn's im Steam oder sowas... ...irgendwas runtergeladen hat... ...ah, ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee, ich hab' ne Idee... ...uh... ...ok, geht nicht... ...ah, fuck... ...ich... ...ich hab' Battle.net zugemacht... ...das wird ja... ...ahhh... ...wow, fuck... ...8 Punkt... ...wird durch... ...wird... ...ahhh... ...8 Punkt 1 wieder im Hintergrund heruntergeladen... ...das hab' ich komplett vergessen... ...I see what the problem is there... ...I see dat... ...da bin ich jetzt sowas von nicht draufgekommen, ne... ...wow, hi Bob... ...muss ich nochmal kurz... ...ahhh... ...Wann... ...ich hab' doch... ...seht ihr... ...seht ihr das? Ach... ...das ist jetzt... ...das ist jetzt... ...das hat Battle.net wieder gestartet... ...ja, das ist, glaub' ich, das... ...hehehehe... ...ahhh... ...Freunde... ...schlimm, sowas... ...äh, ich muss hier gar nicht lang... ...das ist gerade ein bisschen nervig... ...so... ...ah... ...okay, ich musste noch dahin... ...aber egal... ...alles noch in Ordnung... ...oh, mein... ...GOTT... ...Uff... ...nein laden, nein laden, nein laden, nein laden, nein laden... ...das ist gerade ein bisschen... ...ja, aber ich hab' das Problem gefunden, sobald... ...das Problem... ...gelöst ist... ...das ist die Runde vorbei, jetzt werde ich das Problem lösen... ...und... ...dun geht's ja hoffentlich, es läuft ein bisschen besser... ...das ist ja eigentlich... ...es läuft ja schon schnell, ne... ...also ich hab' ja die 90... ...Standard 90 FPS... ...aber... ...da... ...da... ...pausieren... ...so, ich hab's gefunden... ...so, ist jetzt passiert... ...ist schon nice, das pre-laden... ...pre-laden... ...pre-laden, aber... ...ja, ne... ...wau... ...mein Gott... ...aim... ...freunde... ...komm schon, komm schon... ...ich wär's mit... ...hier ein bisschen... ...freunde... ...pailout... ...kein Thema... ...aber ich hab's... ...das ist... Ich war ein bisschen abgelenkt muss ich sagen. Bin ich ein bisschen abgelenkt. Und das ist jetzt... Ja gut ne. Kriegst auf jeden Fall eine Führungsrolle. Der Rest war ne. Der Rest war eher so meh. Aber ich krieg Fairness. Wuhu. Ah wow das war das TNT das mich getötet hat. Und ich sterbe direkt nochmal oder? Wow. Wow. Richtig richtig nice. So. Ja gut dann. Nächste Runde. Bis gleich. Weiter gehts mit. Wat? Nee gerade nicht. Was zum Fick. Nee. Wat? Wat? Ich frag mich auf nur gerade. Wat? Ok. Na gut. Ich bin am Aufnehmen. Sorry. Wenn du das siehst. Sorry. Sorry sorry. Los gehts. Heute bringt mich alles durcheinander. Das ist richtig schlimm. Ich hab keine Ahnung was gerade abgeht. Das ist gerade ein. Ein komisches. Komisches. Dingens Kirchen. Ich finde nicht mal die Worte usw. Ist hier nicht irgendwo ein Medipack? Vorne war doch eins oder? Du musst das kurz. Heke die heck. Danke schön. Ok. Dann eben nicht. Hehehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Fick geht hier ab, Mann. Was geht ab, Mann. Ich bin gerade. Es geht ja wohl nicht hier. Wow. Let's endo. Verwirrung pur. Das ist Chaos Folge. Ich nenn die. Die Chaos Folge. Wenn ich dran denke. Ne. Ich muss noch viel aufnehmen. Hehehe. Aber. Ne. Die Chaos Folge. Hehehe. Hehehe. Na es geht. Kacki. Hört auf mich zu. Treffen. Hier ist doch Medipack. Dankeschön. Das wollte ich auch. Hier komme ich nicht rein. Ich dachte es ist ein Gang. Ich habe angeschossen. Ich habe jemanden angeschossen. Oh Mann. Gut. Dann nicht. Hehehe. Dann eben nicht. Äh. Ich versuche es doch nochmal mit einer Sombra. Ah fuck. Das wollte ich nicht. Ah. Kann ich am cooldown. F. F. Das. E. Nicht F. Ey. Was ist los heute? Ne. Das ist ja gerade wieder richtig schlimm du. Äh. Hier oben. Geschehen Dinge. Hoffentlich. Ich bin da mal wieder weg. Und. Zack. Gutes alter Sombra Gameplay. So. Tot. Und wir haben. Payload immer noch. Payload. Das ist laberisch. Ach. Mann. Mann. Schlimm. 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 Äh. Okay. Reaper. Versuch es immer von der Weite. Das ist ne gute Idee. Kann man Bob hacken? Fragezeichen. Kann man Bob hacken? Fragezeichen. So. Treff nix. Warum zum Fick? Also die. Ähm. Ähm. Video trifft ja mal überhaupt nix. Muss man schon sagen. Trifft überhaupt nix. 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 Na. Komm. 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 Ich muss den Lucio hacken. So. Hier. Rrrr. Hihihi. Wann? Denkt sie eigentlich dran mich mal hier aufzulaunen oder so. Aber sie kommen nicht auf die Idee. Ach man. Schon ein bisschen schade. Kann ich auch direkt. Ist er tot? Wann stirbt der Limmel nicht? Ja ich weiß dass ich entdeckt bin. mein gott aber da kommt der wirklich nicht auf die idee oh mein gott oh mein gott oh mein gott Ah! 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 Gasson! Rein da! Das ist zu viel! Ich krieg zu viel Damage! Ich hab Dings nicht mehr! Nein! Kann ich schon hacken? Was passiert, wenn ich ihn hacke? Hack ihn noch, Sombra! Er macht nix mehr! Okay, gut! Sombra, er ist Konter! Also, Ulti, Konter! Ui! Kann ich singen? Oh man! Ich möchte noch aussingen! So! Was passiert, wir haben ein Russenteam Das erklärt einiges! Warum komme ich hier nicht runter? Das musste sein! Das muss... Alter, die Farben! Das ist bisschen komisch! Zup! Zup! Zupidi Zup! So! Gut! Äh... Heute ist bisschen... Ich weiß... Das ist so komisch, ne? Ich finde die Worte nicht! Ich... Mach... Schlechtes Commentary! Ich drücke falsche Tasten! Das ist... Das ist... Als ob... Irgendwas los ist heute! Mein Gott! Mein, mein, mein Gott! Äh... Wo ist das hier? Ich brauche eigentlich ein großes Medi... Ich brauche eigentlich ein großes Medi... Dein Ernst! Dein Ernst! Ich brauche ein großes Medi-Pack! Drei Sekunden warten! Drei Sekunden warten! Das war ein bisschen schlecht! Das war ein bisschen schlecht! Ah! Was geht ab? Äh... Okay! Ich sneak mich jetzt einfach ein bisschen hin! Ja! Ich treffe nichts! Die Wetter trifft aber auch nichts! Deswegen habe ich keine Angst vor ihr! Das ist ja... Das ist ja gerade wirklich schlimm! Hier! Die Widow! In der Skidd! Ich hab ja nicht mal Angst vor ihr! Das... Das sah krass viel aus, ne! Über die Widow! Dass ich nicht mal Angst vor ihr habe! Tschööööse! Komm schon! Warum treffe ich nix? Ich habe Reaper gehackt. Komm schon! Okay, da kann man sie ausbrechen. Wop ist slow. Genau es geht. Ach man. So. Hehehe! Aber! Triple Hack! Und warum zum Fick geht hier niemand an die Payload? Ist wieder super duper nices Team. Ich muss Komplimente an mein Team freuen. Richtig Komplimente. Was ob es das beste Team der Welt wäre man. Ah! Wow. Na gut ich war auch nicht gut. Das muss man halt auch sagen. Und da haben schon alle gelieft. Weil sie denken sie waren voll cool und so weiter. Kann passieren. Und. Ich möchte das eigentlich auch gehoffen haben. Ne. Und fällt wirklich. Wow. Wow. Danke dafür. Na gut das war's für heute. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen. Und natürlich nächstes Mal wieder einschalten. Und macht's gut. Gee. Ciao. Tschö. Tschö! Statistics bit su! Telefon ES federale Ferroup!